Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und wie ist das, was da, was da, was da, was da. One time, love, and you all took care. Soon tonight I had a heart of glass. And it's like everything I'm going to find. Not just trust, love's going behind me. Between. What I find is pleasing, I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. It's like you do. Femme. 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 Das war ein Tag, natürlich. Er war da mit seiner Gitarre, mit seinen Chefen. Er war nicht da, nicht da. Ich fand es super. Ich habe ihn mit ihm zu singen, für eine TV-TV-TV-TV. Das war eine TV-TV-TV-TV-TV-TV, aber in Belgien, also in viel weniger Zeit. Wir haben es super. Und dann, ich habe ihn mit ihm erzählt. Er hat mich gesagt, Alice, du singen gut. Ich sagte, Ouf! Aber du schade, du schade nicht in französisch. Ich habe ein erstes Album nur in Englisch geschrieben. Er hat mich gesagt, du schade nicht in französisch. Er hat mich gesagt, das ist gut. Ich sagte, du schade in französisch. Ich sagte, du schade in französisch. Ich werde die mien in Englisch machen. Das wird so sehr gut. Er hat mich gesagt, ich war ein bisschen dumm. Er hat mich gesagt, mit der gentilesse und der patience. Er hat mich gesagt, ich habe mich gefragt. Er hat mich gefragt. Er hat mich gesagt, ich habe mich gefragt. Er hat mich gesagt, ich habe mir gesagt, dass ich zwei Dinge gesagt habe. Ich habe mich gefragt. Und ich habe gesagt, warum nicht, vielleicht du musst du dich zu hören. Ich bin zurück in Paris, bei Vianney, bei uns, und wir haben drei drei Franchisse in französisch geschrieben. dont celui-ci. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Malade 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 Wir sind schon im letzten Teil von meiner ersten Partie. Ich war schon in meiner Loge, mit der Pachtur. Ich dachte, ich war mein Manager, mein Gerhal. Ich dachte, ich bin ein bisschen zu viel. Ich dachte, ja, ich bin ein bisschen zufrieden. Ich bin ein bisschen embêtet. Ich weiß nicht, ob ich schon wieder gesagt habe, aber ich habe hier ein Jahr, in der ersten Partie, die Shakapong haben. Ich habe auch noch drei Wochen gespielt. Ich weiß nicht, ob Sie sich ein bisschen den Publikum bezeichnen, aber physiologisch, wir sind nicht auf der gleichen Planeten. Der erste Mal, ich hatte sehr Angst. Ich hatte sehr Angst, weil ich war vor einem Parterre, d'hommes, barbues und Tatouées. Ich weiß nicht, dass Sie nicht in dieser Kategorie sind. Pareil für Vincent. Vincent de Lerme, wir sind auf ein Physik ein bisschen mehr klassischer, als die Shakapong. Aber das macht, dass ich viele Jahre und Jahre entdeckte Dinge, sehr intrigante, über Vincent de Lerme. Also, ich sage Ihnen, ich bin wie Sie, wie Sie. Ich hoffe, mit einer sehr impatience, zu erleben, zu erleben, zu erleben, und ich danke dir, für mich zu treffen. Danke, Vincent. Vielen Dank. Der erste Mal, ist ein Mach-up. Ein Mach-up, das ist eine Fusion zwischen zwei. Der erste Mal, der erste Mal, der erste Mal, der erste Mal, der zweite Mal, der erste Mal, ist ein Film, das ich noch nie gesehen habe. Denn es ist nicht total, ein Film von meiner Generation, ist ein Film von meiner Generation. Aber mein Manager, er hat gut gesehen, das ist ein Film von seiner Generation. Das ist ein Film von seiner Generation. Und er hat mir gesagt, zu verstehen. Also, vielen Dank, für mich zu hören. 44 45 45 46 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Musik 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 Vielen Dank.